Mit elf habe ich angefangen zu trommeln. Die Musikverein Kulmbach war ja. Da habe ich mit trommelt zum Märsche und so, nach Noten. Und nach sechs Wochen ist der alte Drama ausgestimmt. Der ist so guter Kleiner gewesen. Da war für mich eigentlich sicher, dass ich Schlagzeuger werde. Ich war mir damals sicher, ich werde berühmt werden. Franz Deuer Lange! Ich hatte früher alles. Ich hatte ein tolles Haus, ich hatte tolle Autos, ich hatte Eigentumswohnungen, ich hatte eine wunderschöne Frau. Aber es ist alles weg. Jeder hat seine Persönlichkeit und wie du sagst, bist du halt. Franz Drojan habe ich natürlich dann auch nicht anders eingeschätzt, als dass er einfach Hilfe braucht. Der Mann hat mit 16 Musik gemacht. Er wurde, ich weiß nicht wie alt er war, 22, keine Ahnung. Dann war der schon berühmt. Er hat noch einiges nachzuholen. Jetzt bin ich auf dem Weg, ich war es. Es ist nicht leicht, doch keiner räumt mich auf. Jetzt bin ich auf dem Weg, ich war es. Es ist vorbei. Jetzt kommt die gute Tage. Irgendwann, H-A-I-A-F. Jetzt kommt die gute Tage.